hallo youtube hallo zocker hallo fifa fans herzlich willkommen zurück hier bei nickfrei zockt fifa 17 in der manager karriere hier vor einem fc moore camp keine ahnung ob man das so ausspricht ich sag das so ja ich soll mir doch mal bitte ein paar spiele ausleihen war eins der kommentare die unter meinem let's play aufgetaucht sind und dazu mal ganz kurz ein statement von mir ich mags nicht punkt das ist mein statement ja ich mags nicht punkt so ich möchte hier ganz gerne mal reingucken weil ich habe etwas die kamera umgestellt so wie ich es in einem tutorial gesehen habe ich habe keine ahnung ob das für mich funktioniert aber das ist auch hier im let's play umgestellt was ich auch noch mal gucken wollt halb profi es gibt ja irgendwie total die verwirrung darüber welche kamera bzw welcher schwierigkeitsgrad nicht kamera welcher schwierigkeitsgrad aktuell im fifa ultimate team gegen die ki genutzt wird und da gab es durchaus das ein oder andere problem und das hat man jetzt irgendwie wieder gefixt so mir wird mitgeteilt der hier den kann ich nicht in england einsetzen weil der hier schon in england ist und die aufträge die zählen praktisch für alle scouts ich hasse jetzt schon das scouting system mit fifa 17 das ist ein drama zur jugendakademie haben wir gar nichts da werden noch die netzwerke eingerichtet gut dann passt alles so die mannschaft ist ziemlich down nach dem letzten spiel ich bin da so ein bisschen am kämpfen mir hat also das eine oder andere nicht so gefallen was ich da so gesehen habe oder was ich da so gespielt habe ja ich finde es halt schlecht dass wir hier nicht auf dem ja guckt jetzt mal ganz im ernst wir haben hier anweisungen für diesen spieler wir haben ein riesen vereinslogo auf der anderen seite ist es zu viel verlangt dass man dort die daten des spielers aufhört warum muss da nur das vereinslogo sein und sonst nix warum nutzt man nur einen halben bildschirm ich komme da auch nicht rein von hier ich muss mir wirklich die spieler extern angucken und muss dann sagen okay der schnell der ist langsam es gibt einfach dinge an fifa die nicht in meinen kopf wollen zum beispiel im ultimate team belohnt man gerade die besten spieler der welt mit den besten spielern der welt ja was ergibt das für einen sinn man forciert nicht die competition von schlechteren die jetzt bessere spieler haben gegen bessere spieler mit schlechteren spielern sondern man forciert jetzt dass die besseren sich so ein team aufbauen können dass ein schwächerer überhaupt keine zeit mehr hat wow ist der schnell habe ich das übersehen oder habe ich die verwechselt ist komisch und hier kann ich doch es ist egal so zentrale orientieren abwehr überlaufen ist bei dem hier weg den machen wir als anspielstation normales abfangen passwege zustellen so weit so gut bei dem hier der soll sich auch zentral orientieren der soll die abwehr überlaufen ja der soll normal abfangen und ebenfalls die passwege zustellen ist mir lieber so zu taktiken habe ich auch noch ein paar änderungen also wir wollten ja langsames aufbauspiel mit mittelstarken passen okay soweit so gut ein paar spiel nur auf kurz pass festzulegen war glaube ich ein fehler 50 prozent ist da glaube ich besser die flankenhäufigkeit will ich mal ein bisschen weiter hochsetzen dass falls dann spieler am ball ist der flanken könnte dass er das auch tut und das schussverhalten das will ich mal runtersetzen auf ja ich sag sogar mal auf 44 weil ich gehört habe dass das nur die weitschüsse betrifft und nicht das generelle schussverhalten außerdem wollen wir das hier als freie wahl so druck nehmen wir mal ein bisschen runter warum wir haben nicht die schnellsten spieler und wenn wir vorne druck ausüben und die machen lang ballen die spitze stehen wir blöd da sollen lieber ein bisschen zurückgehen die aggressivität nehmen wir runter dass unsere spieler nicht so drauf gehen es ist aber auch so schwer hier die 50 auszuwählen damit unsere spieler nicht so drauf gehen und wir besser den hinterraum abschirmen können und verschieben wollen wir so gut wie gar nicht deshalb lassen wir das hier auf 80 und machen nicht abseits falle sondern abschirmen so da haben wir alles geändert was ich erst mal ändern wollte und dann würde ich sagen gibt es jetzt für eine büromeldung vertragsverlängerung ich habe vertragsangeboten agenten durchgesprochen wildig verlängert sehr schön ich hoffe er hat verlängert und ich habe es nicht fehlinterpretiert so dann machen wir das nächste spiel hier in unserem internationalen vorbereitungsturnier und wie gesagt also es wird an mich herangetragen leid ihr doch spieler ich kann das nachvollziehen dass man meint ich sollte doch spieler leihen aber ich habe nun mal diese ich leih keine spieler aus mentalität ich mache das nicht gern ich selbst dem fußballmanager da verleihe ich vielleicht zwei drei jugendspieler dass die sich entwickeln aber so wir freuen uns auf das gruppenspiel ja ich leih mich gern aus so ich habe wieder ein bisschen die kommentatoren angemacht ich hoffe ihr hört so wir haben das schlechteste team manche können damit nicht dealen und sind deshalb der meinung ich soll doch bessere kaufen oder bessere leihen oder wie auch immer als es ist für mich gar kein problem ja dann geht halt ich finde das super dass wir nicht die besten leute haben so wir schirmen hier ein bisschen ab und haben den ball wir haben hier weitaus stärkere gegner gegen uns bin ich der festen überzeugung ja wir haben ja schon spieler die gehen jetzt schon auf dem zahnfleisch die sind jetzt schon tot ja aber unsere spieler die taugen einfach nichts von skills her aber das macht ja nichts das ist ein vorbereitungsturnier unsere gegner sind viel stärker als wir wenn wir es hier schaffen in 0 zu spielen sind wir super vorbereitet zum beispiel super vorbereitet auf die liga weil dort haben wir es mit ganz anderen gegnern zu tun viel pass ja ich habe hauptsächlich in den letzten tagen einfach nur verteidigen geübt okay war eine art befreiungsschlag wird er noch dran gekommen wäre super gewesen so halt nicht umgeschaltet war ein fehler er spielte zurück guter doppelpass so er hat mich umgerissen davon mal ab umreißen ist ein faul eigentlich so ja die passhilfe ein großes problem in fifa 17 habe ich jetzt schon bei ein paar leuten gehört und auch schon selber erlebt dass er nicht immer dorthin passt wo man hinpassen will weil die passhilfe denkt ja sieht ja weil die passhilfe denkt wird es ist cool wenn ich das hierhin passt ja das war vermutlich der falsche schuss ball erobert schusslinie geblockt und ich schieße trotzdem fehler da nicht gut nicht gut nicht gut nicht gut nicht gut zum glück die abwehr passt auf wir spielen zurück Da sollte er auch nicht hin, der Ball. Ja, seht ihr, das ist, weil der Ball sollte da nicht hin und der Ball geht dorthin und bringt mich in Bedrängnis. So, wir wöhnen uns hier durch. Also ich meine, wir haben hier den meisten Ballbesitz zur Zeit. Ich bin da eigentlich schon recht stolz auf mich, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil ich verhindere. Wo spielt der denn den Ball hin? Mann! Will dem anderen in den Lauf spielen. Alter, ich habe Tutorials geguckt, das glaubt ihr gar nicht. Stell den Weg zu! Nein! Luft holen, durchatmen. Es ist, ähm, tricky! Oh Gott, die Spieler sind tot, ey! Falscher Knopf gedrückt. Großer Fehler, fataler Fehler. Ich darf nämlich nicht sprinten, ich muss blocken. Er geht dazwischen und verhindert so eine Torgelegenheit. Ich will nach unten passen, nach unten. Und er passt nach vorne. Ich verstehe es nicht. Das könnte eine Gelegenheit werden. Ich wollte gerade anhalten. Ich wollte gerade anhalten. Ich wollte gerade eine Drehung machen, damit wir uns ein bisschen Platz verschaffen. Wir stehen übrigens auch nicht kompakt, ja. Wir stehen sogar ziemlich weit. Ziemlich breit hier. Erste Halbzeit. Überstanden. Ich meine, das macht's doch aus, oder? Ich meine, wenn ich das schwächste Team in der Liga habe, oder nur stärkere Gegner habe, ist es doch nicht mein Ziel, 10-0 zu gewinnen. Dann ist es mein Ziel, möglichst viele Unentschieden am besten zu Null hinzukriegen. Oder vielleicht mal ein Tor zu schießen und den Gegner so in Bredouille zu bringen. Und ganz wichtig, immer zu Null spielen. Und ich weiß nicht, wie ich das sagen soll. Es mag sein, dass der ein oder andere das viel zu langweilig findet. Und dass der sagt, ey, der hat keine Ahnung, das ist alles viel zu langweilig. Und das geht überhaupt nicht. Der hat überhaupt keine Ahnung von FIFA und so weiter. Das mag alles sein, Leute. Das mag alles sein. Aber glaubt mir eins, das ist schwerer, als mit Real Madrid in der Champions League zu spielen. Und du brauchst Geduld. Und du musst dabei Skills lernen, die du mit Real Madrid vielleicht nie lernen musst. Und deshalb ist das hier einer der besten Wege, FIFA zu lernen. Und parallel zu dem, was ich hier gerade mache, wo ihr dann praktisch dabei seid und mir zugucken könnt, nämlich in der Karriere, wie ich versuche, diesen kleinen Verein die Ziele zu erreichen, zu erhalten, die Liga zu halten, bessere Spieler nach und nach zu kaufen, nichts Überhastetes. Das ist, wie soll ich sagen, das ist anstrengender, als für 50 Millionen die Baller zu kaufen oder so. Ja, das ist wirklich, das ist welten schwerer. Wird's jetzt gefährlich. Und da musst du so Sachen hier können, so Taktiken machen. Ja, dann geh doch auch. Was soll ich denn sagen? Da trennen sie mich vom Ball. Der, der wollte einen Pass. Und wäre noch ein Schritt weiter nach vorne, hätte ich den auch gepasst. Ah, ich wollte einen scharfen Steilpass spielen. So, der hat den Ball erobert. Wer ist das eigentlich? Da hat der Platz jetzt die Flanke. Oh, hat viel zu weit vorgelegt. Viel zu weit vorgelegt. Ich wollte ja eigentlich auch einen anderen. Das ist, äh, kam echt doof jetzt. So, geht eins aus. So, unsere Abwehr macht einen super Job. Ich bin wirklich stolz, dass ich das hinkriege, so eine Abwehrarbeit zu machen hier. Ich meine, ihr müsst bedenken, ich bin FIFA-Noob. Ich bin richtiger FIFA-Noob. Ich habe keine Ahnung gehabt. Vor einer Woche noch nicht. Habe ich noch keine Ahnung gehabt, wie man hier eine Taktik einstellt. Mit welcher Taste man welchen Schuss auslöst. Geschweige denn, ja, wie ich so verteidige. Und guckt euch das mal an. War es ein Befreiungsschlag. War es ein Befreiungsschlag. War es ein langer Ball, weil er keine Chance sieht, sich durch unsere Verteidigung durchzutanken. Das sind gefährliche Pässe, die ich spiele. Ich will den. Das ist zu spielverlangt, dass ich den will. Ja, und wäre unser Mann nicht geblockt worden hier? Scheiße. Das sieht nicht gut aus. Das sieht nicht gut aus. Wie gesagt, Ziel ist es von uns, 0 zu 0 oder 1 zu 0 für uns zu erreichen. Wir werden keine Monster-Siege einfahren hier. Auch wenn es auf Halbprofi steht. Weil ich kein Halbprofi bin. Ah, Fehler gemacht. Wirklich taktische Fehler gemacht. So, da halten wir ihn fest. Und spielen mal ein bisschen Ruhe hier rein. Wow. Und Fehler gemacht. Ich renne nach vorne. Aber wir haben einen Wurf. Das ist schon mal sehr gut. Ich mache noch viele, viele, viele Fehler. Nimm Zeit von der Uhr. Wichtig. Ganz wichtig. Immer ruhig bleiben. Ganz ruhig bleiben. Wir sind hier eigentlich das Kanonenfutter. Ja, in diesem Turnier. Glaube ich zumindest. Also ich glaube, dass wir alle in anderen Ligen spielen. Oder sogar in höheren Ligen spielen. Ach, Mister. Sie scheinen sich den Gegner zurechtlegen zu wollen. Der Ball läuft cool. Oh, der ist uns ausgegangen. Was macht der denn? Und schon ist der Ball weg. Jetzt wird es gefährlich. Schuss. Okay, so viel besser sind die auch nicht. Der Weltklasse-Club hat den jetzt eingeloggt. Ich hasse das, wenn der automatisch wechselt hier. Spiel doch einfach mal den Ball nach unten, wenn ich nach unten drücke. Bei der nächsten Unterbrechung wird der neue Mann kommen. So, wir versuchen es. Ah, vom Tor. Vom Tor. Ich habe es versucht. Ich habe vergessen, einen Stick nach oben zu drücken, dass er oben ins Eck schießt. Und er schießt direkt auf den Torwart. Ah, da machst du Schusstutorials. Und Schussübungen. Und stehst vom Tor und drückst den falschen Knopf. Ich habe einfach pur schießen gedrückt. Oh, aber wir haben einen Eckball. Wir haben einen Eckball. Ist der, ich hoffe, der ist kopfballstark. Ich habe keine Ahnung. Oh, oh. Ist der kopfballstark? Oh, ich mache einen Fehler. Ich mache einen Fehler. Ich habe besser aufladen müssen. Nochmal Eckball. Ah, ich tue mir schwer. So, da will ich hin. Und voll durchziehen. Und schießen. Ah. Das ist aber auch ein Krampf. Leute, das ist aber auch ein Krampf. Wo haben wir es denn? Da haben wir es. Und voll durchdrücken. Und schießen. Und. Sag mal. Eigentlich soll da ein Kopfball zustande kommen. Und raus damit. Weit raus damit. So, hier vorne. Versuchen wir wieder. Jetzt könnt ihr den Ball reinbringen. Schöne Flanke. Und hat den Ball. Leute. Das wichtigste Ziel für mich. Ein 0 zu 0 hier. Und weg mit der Pille. Haben wir da vorne einen? Wir haben da vorne einen. Ein Wurf. Also, wir machen mehr Druck auf den hier Tor. Als die auf unseres. Das macht mich stolz. Weil ich damit nicht gerechnet hätte. Zurück, 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 zurück. Lass ihn kommen. Lass ihn kommen. Zurück, zurück, zurück. Ich renne vorbei. Wow, Alter. Manchmal brauchst du Glück. Manchmal brauchst du Verstand. Das ist wie ein Sieg, Leute. Auch wenn ihr sagt, 0 zu 0, wie langweilig. Das ist wie ein Sieg. Das ist wie ein Sieg. Wir haben nicht die Top-Spieler. Wir haben wirklich nicht die Top-Spieler. Und wie ihr seht, wir haben einen Fehlschuss und zwei Paraden vom Gegner. Wenn ich das richtig sehe. Oder sind das Paraden von uns? Nee, vom Gegner. Das waren die Highlights. Und wir haben es durchgestanden. Wir spielen ein 0 zu 0. In der Liga wäre das ein Punkt. Ein wichtiger Punkt. So, Mannschaft geht auf dem Zahnfleisch. Die sind richtig runter. Wir haben natürlich auch keine Ausdauer. Das ist ein Problem. Deshalb, wir spulen mal weiter bis zum nächsten Spiel. Lesen uns nochmal die ganzen Mails durch, die da so reinkommen. Weil da dürfte mittlerweile einiges dabei sein hier. Scout-Abschlussbericht. Okay, was ist mit Nationaltrainer betreff? Ja, wie auch immer. In meinem privaten Spielstand hat mich direkt Spanien haben wollen. Habe ich direkt abgelehnt. Das überfordert mich sowas. Ja, also ich habe nicht vor, Nationaltrainer zu werden. Ich habe vor, andere Dinge zu machen. So, der ist Stärke 50. Oh Gott. Der ist Stärke 48. Der ist Stärke 62. 62 offensiver Mittelfeldspieler von FC Rockdale. 450.000 wert. Hat der noch Vertrag? Oh, ich habe wie ein Krampf in der Hand gerade eben. Wo gucke ich rein? Im Verein seit 2013. Wo sehe ich denn einen Vertrag? Wie lange läuft ihm sein Vertrag? Wo steht denn das? Das ist doch wichtig. Das muss ich doch wissen, ob der einen auslaufenden Vertrag hat oder keinen auslaufenden Vertrag hat. Wir reden mal mit dem. Ob der sich das vorstellen könnte. Ist ja auch wichtig. So, ansonsten der Rest ist alles noch. Die werden alle, wie die werden alle nicht weiter beobachtet. Wieso werden die alle nicht weiter beobachtet? Ist doch wichtig, dass wir die weiter beobachten. Bitte weiter beobachten. Bitte weiter beobachten. Bitte weiter beobachten. Bitte weiter beobachten. Super. Das ist super. Bitte weiter beobachten. Ich will eigentlich immer unten sagen, bitte weiter beobachten. Weil dann sind immer die Leute, die wir gerade nicht scouten, die sind immer unten. Ein RF. Na gut, da kann auch RM spielen. So ist es nicht. Beobachten. Beobachten. Wir sind mal wieder am Anfang. Ich hasse es, wenn der uns am Anfang setzt. Bitte beobachten. Ja, auch da gab es halt einige, die geschrieben haben. Setz doch nicht auf Scouting. Guck auf der und der Liste. Das ist doch hier, was die besten Talente sind. Versuch die zu verpflichten. Ich finde das langweilig, Leute. Es tut mir echt leid. Ich finde das langweilig. Ich mache das nicht. Nicht im Karrieremodus. Ja, im Karrieremodus. Vor allem, wie macht ihr das denn in der dritten Saison? Wenn die Talente aus der ersten Saison dann alle schon Stammspieler in großen Clubs sind. Wie macht ihr es dann? Dann müsst ihr doch auch scouten. Oder nicht? Oder gibt es noch neue Listen mit geiler Talente? Also, ich denke, scouten gehört halt einfach dazu. Versteht ihr? Wird die Liste immer kleiner, wenn ich scout? Ich meine, ich lösch die ja nicht, oder? Ah, Moment. Das sind jetzt alles Leute. Also, ich blick's nicht ganz. Die haben wir Detailinfos. Stürmer, Mittelfeldspieler. Also, irgendwie habe ich aussortiert, ohne dass ich wollte. Ach, egal. Ich blick das eh nicht. Ähm, nix gegen FIFA, aber dieses komische System hier blick ich sowieso nicht. Ein neuer. Ach, die werden dann hier weiter bearbeitet. Das ist scheinbar ein anderer Filter. Kann das sein? Äh, ich keine Ahnung. Äh, wird aktuell nicht weiter beobachtet. Wieso wird der nicht beobachtet? Der soll beobachtet werden. Ich will, dass die Leute beobachtet werden, dass ich Entscheidungen treffen kann, ob die was für mich sind oder nicht. So, dann haben wir hier Teambereich, Taktikvorlagen, das passt alles. Joa. Haben sich auch einige Leute wieder erholt. Achso, was ich nochmal reingucken wollte, weil es mir jemand geschrieben hat. Irgendwie haben wir aus... Disconnected. Okay. Crazy. Ähm, irgendwie hatten wir, ähm... Ausgeliehene Spieler. Jennings ist einer der ausgeliehenen Spieler. Und wir haben einen eigenen mit Colon. Da sollten wir es uns auf jeden Fall nochmal angucken, dass wir den Jennings gegen Colon austauschen. Der Jennings maximal Ersatzspieler. Alle ausgeliehenen Spieler sind bei mir maximal Ersatzspieler. Und, ähm, es werden viele nicht verstehen, ähm, mir ist das bewusst, aber... Versteht ihr, es gibt auch in der Bundesliga. Es gibt eine Bundesliga-Trainer, die sagen, wird nichts ausgeliehen. Meine Spieler oder keine Spieler. Und, ähm... Es gibt Vereine, die sagen, wir bilden nicht für andere aus. Das ist Einstellungssache. Das ist eine Grundhaltung. So, und wir haben hier als Vorgabe von unserem Management, ähm, wo haben wir dann hier? Vorstandserwartungen. Dass wir zwei Spieler unter 20 Jahren mit einem Potenzial, das den durchschnittlichen Gesamtwert der aktuellen Spieler auf dementsprechenden Positionen überschreitet, ja? Aus, also, dass wir die verpflichten. Und einen Jugendspieler in derselben Saison, in der wir ihn gescoutet wurde, für die Profimannschaft verpflichten und für fünf Einsätze sorgen. Da hole ich mir keine Leihspieler, wenn das meine Ziele sind. Der Verein hat kein Geld. Wovon soll ich einen Leihspieler bezahlen? Am Schluss bin ich pleite und die Spieler weg. Kann ich nicht mal verkaufen. So, bevor ich mich jetzt aber hier noch lange rumprügele, sage ich an der Stelle erstmal danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch irgendwie trotzdem ein bisschen Spaß gemacht. Wir haben einen Punkt übrigens in unserer Tabelle. Es hat euch trotzdem irgendwie ein bisschen Spaß gemacht und ja, seid beim nächsten Mal wieder dabei. Wenn wir hier weiterspielen, ich bin jetzt gerade nochmal am, gerade nochmal am gucken. Das nächste Spiel geht gegen Bohemian FC und Bohemian FC hat noch gar keine Punkte geholt. Das heißt, wenn wir uns gegen die auch durchsetzen können, entweder mit einem Tor, sogar hätten wir vier Punkte wie Citadel oder zumindest zwei Punkte und würden vor denen stehen bleiben. Also wichtiger, wichtiges Spiel gegen die, gegen die müssen wir uns durchsetzen, um den dritten Rang zu behalten oder sogar auf den zweiten vorzugehen. Weil ich glaube nämlich, dass Citadel verlieren wird gegen Avellino. Avellino ist bei weitem scheinbar die stärkste Mannschaft. Die hat uns geschlagen mit 1-0 und die hat wohl auch Bohemian geschlagen. Und Citadel hat es gegen uns nicht fertig gebracht, ein Tor zu schießen. Und wenn Avellino ein Tor gegen Citadel schießt und dann, na, ist für uns ein Platz 2 drin, rein theoretisch. So, und dann ging es für uns weiter hier in dem Vorbereitungsturnier. So, aber wie gesagt, ich bin jetzt erstmal raus. Ich sage danke fürs Zuschauen, wünsche euch noch viel Spaß auf YouTube, noch viel Spaß mit meinen anderen Videos. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Bye-bye.